Es ist Donnerstag, der 6. Juni 2013. Hier ist Jungle Traum Radio, die Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Ja, wie das so ist bei Live-Sendungen. Jetzt sollte eigentlich als erster Beitrag heute Marina Spanos aus Griechenland kommen von Hellas Frappé. Wir hatten vereinbart, dass ich heute ein Interview mit ihr mache. The Brookings Institution ist ein Think Tank aus den USA. Einer Think Tank mit größerer öffentlicher Reichweite als zum Beispiel Wilderberg. Vielleicht erinnern sich manche noch an unser Interview mit Jim Tucker, was wir Anfang April geführt haben. Dort hat er als Beispiele, wer auch Konzepte von Bilderbergern aufgreifen, zum Beispiel die Trilaterale Kommission genannt und hat auch Brookings Institution genannt. Ja, Moment, leider erreiche ich Marina Spanos weder über Telefon noch über Skype, was momentan nicht was los ist. Sie hatte fest zugesagt. Wir werden heute Abend, wenn mit der Technik alles klappt, was ich hoffe, um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit noch mit Freeman von alle Schall- und Rauch reden. Er ist bereits in England, in Watford und hat schon einiges von der Wilderberg-Konferenz dort zu berichten. Ja, und heute Nachmittag haben wir bereits ein Interview eingespielt. Es geht darum, Erdmagnetfeld, es gab in verschiedensten Medien schon Berichte darüber, dass es abnimmt. Arte hat auch sowas gebracht, Deutschlandfunk hat dazu was gebracht. Und auch die Zeit hat er zum guten Artikel gebracht. Zu Erdmagnetfeld entsteht ja dadurch die Lavaströme, durch die Lavaströme der Erde und Reibung. Und uns ging es darum, verschiedene Berichte sagen, das Erdmagnetfeld nimmt ab. Wie akut ist das eigentlich und was ist davon betroffen, wenn das Erdmagnetfeld abnimmt? Wie viel Zeit haben die Menschen, sich dann darauf vorzubereiten? Und dazu haben wir heute Nachmittag ein Interview gemacht mit Dr. Norbert Nowacik. Er forscht am GFZ in Potsdam, ist Paleo-Magnetiker und er berichtet über seine Arbeit und darüber, welche Auswirkungen ein abnehmendes Magnetfeld hat und wie man sich darauf einstellen kann. Bitte darum, die Aufnahme einzuspielen. Ich versuche weiter, Marina Spanos zu erreichen und bitte um Verständnis. Herzlichen Dank. Bleiben Sie dran. Es ist Donnerstag, der 6. Juni 2013. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf JungleDram Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir die Ehre, zu interviewen Herrn Dr. Norbert Nowacik vom GFZ-Potsdam. Guten Tag, Herr Dr. Nowacik. Guten Tag, Herr Reusing. Ja, Sie forschen am Erdmagnetfeld. Was erforschen Sie dort genau? Ja, fangen wir mal mit meiner Person an. Ich bin ein sogenannter Paleo-Magnetiker. Das heißt, ich erforsche das Erdmagnetfeld, wie es früher war. Frisch vor 10.000, 20.000, 40.000 Jahren. Und dazu untersuchen wir die Magnetisierung von Sedimenten im Meer oder in den Seen mithilfe von Bohrkernen. Und von diesen Bohrkernen nehmen wir Proben, kontinuierlich von oben nach unten, und messen an diesen Proben die Magnetisierung. Und diese Magnetisierung ist ein Abbild des Magnetfeldes, wie es früher mal war. Wir können also mithilfe von Sedimenten in die Vergangenheit des Erdmagnetfeldes rückschauen. Und die Proben messen Sie vollautomatisch? Gemessen werden diese Proben mit einem sogenannten Kryogenmagnetometer. Das sind sehr empfindliche Magnetometer, die sehr schwache Magnetisierung messen können. Und diese Geräte, ja, die laufen mehr oder weniger vollautomatisch. Es liegt allerdings in der Hand des Operateurs, wie dieses Gerät nun gesteuert wird. Aber man kann mit diesen Geräten halt sehr empfindlich messen und auch sehr große Mengen an Proben. Und das muss man schon machen, wenn man eben halt sehr lange Zeit reinstellen will, um eben zu sehen, wie das Magnet für sich im Detail über mehrere 10.000 Jahre verhalten hat. Jetzt hat es vor 41.000 Jahren eine größere Veränderung des Erdmagnetfelds gegeben. Was ist das genau gewesen? Ja, das war ja auch so ein Fall. Wir haben sechs Bohrkerne aus dem Schwarzen Meer zur Verfügung gehabt. Daran haben wir etwa 200.000 Proben genommen. Und da stellte sich heraus, dass eben vor 41.000 Jahren das Erdmagnetfeld, so wie wir es jetzt vom Schwarzen Meer her rekonstruiert haben, entgegengesetzt zur Richtung gezeigt ist. Das heißt, die Magnetisierung zeigte nicht nach Norden, sondern nach Süden. Muss man auch wissen, das Magnetfeld ist so geartet. Normalerweise kommen die Feldlinien, die einem Dipol entsprechen, aus der Südhalbkugel hinein und gehen aus der Südhalbkugel heraus in die Nordhalbkugel hinein. Und zu dieser Zeit war es genau umgekehrt. Das heißt, die Magnetfeldlinien kommen aus der Nordhalbkugel heraus und gingen in die Südhalbkugel hinein. Das heißt, sie haben also nicht nur eine Komponente in Nord-Süd-Richtung, sondern auch noch nach oben und nach unten. Also heutzutage weckt das Magnetfeld nach Norden und nach unten. Das heißt, 41.000 Jahre nach Süden und nach oben. Was wir auch noch festgestellt haben, ist, dass das Magnetfeld zu dieser Zeit sehr schwach war. Auf dem Weg zur sogenannten Inversenrichtung, also wenn wir die Richtung nehmen, die nach Süden zeigte, da war das Magnetfeld nur noch 6% von der heutigen Feldwerte. Als sich der Vektor dann wieder zurückdreht in die normale Richtung, war es ähnlich. Es war so eine Phase, wenn man mit umgekehrter Polarität des Erdmagnetfeldes als auch mit sehr geringen Feldstärken verbunden hat. Und diese Umgehung ist da jetzt erst 41.000 Jahre her. Hat sich danach dann wieder normalisiert? Es gab etwa 6.000, 7.000 Jahre später noch mal eine nicht ganz so drastische Szenerie. Da fangt es in die Richtung auch sehr stark. Das Magnetfeld war auch wieder relativ schwach. Aber insgesamt hat das Magnetfeld seit einem großen Ereignisverein 40.000 Jahren an Stärke gewonnen. Allerdings pulsiert es ständig, rauf und runter. Im Moment tut es das auch und zwar nach unten. So hat das Magnetfeld jetzt von 1900 bis 2010 um 6,5% abgenommen. Im Schnitt. Allerdings ist das regional unterschiedlich. Und damals als der Wechsel war, war es insgesamt nur ungefähr 6% von dem, was es heute hat. Ja. Das heißt, wenn das so weiter ginge mit dem Rückgang, hätte die Menschheit noch eine Menge Jahre Zeit, falls es einen magnetischen Wechsel gibt, sich darauf vorzubereiten. Ja, wenn man das jetzt weltweit betrachtet schon, dann würde das noch etwa 1.000 Jahre dauern. Allerdings gibt es die sogenannte südatlantische Anomalie. In dieser Region, so zwischen Afrika und Südamerika, ist das Magnetfeld sehr schwach. Und dort hat das Magnetfeld in diesen letzten 10 Jahren, also von 1900 bis 2010, um 30% abgenommen. Wenn man das jetzt extrapoliert, dann ist dort in 300 Jahren kein Magnetfeld mehr zu sehen. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach vermuten, jetzt weil es 6% zurückgegangen ist seit 1900, dass die Geschwindigkeit so linear bleibt. Es könnte auch sein, dass es sich wesentlich verändert hat. Ja, also wenn ich jetzt die Daten vom Schwarzen Meer nehme, wie ich ja sagte, es pulsierte ständig rauf und runter, aber mit einem Trend nach oben. Da gab es auch immer wieder mal Phasen, so wie wir es jetzt haben, dass es relativ schnell nach unten ging, aber dann stoppte diese Abnahme und dann wurde das Magnetfeld wieder stärker. Also aus der momentanen Änderung des Magnetfeldes kann man nichts vorhersagen. Wie kann man einen generellen Rückgang des Erdmagnetfelds von regionalen Anomalien unterscheiden, indem man verschiedene Messpunkte hat? Ja, es gibt bis zu 400 Jahre zurückreichende Auszeichnungen in den sogenannten geomagnetischen Observatorien. Das sind Observatorien, die in relativ beschützten, oder von mobilisatorischen Einrichtungen entfernt liegenden Gegenden aufgebaut wurden, wo das Magnetfeld vermessen wird, und zwar ein paar stündlich, das eben seit 100 bis 400 Jahren zurückgehend. Es gibt im Prinzip auf jedem Kontinent diese Observatorien, mehr oder weniger gut gepflegt, und auf Basis dieser Daten kann man eben das Magnetfeld auf jeden Fall relativ sicher bis 1900 zurück rekonstruieren. Aber diese ganzen Daten fließen in begenannte Magnetfeldmodelle ein, und daraus kann man dann eben globale Feldmodelle ableiten. Und demnach ist zum globalen Mittel das Magnetfeld um 6,4% schwächer geworden, aber eben regional um bis zu 30%. Was ist denn bekannt darüber, was ein Magnetfeldrückgang oder magnetischer Wechsel für Menschen oder für Tiere bedeuten kann? Ist es gesundheitlich oder... Ich meine, es gibt ja auch Organe, die sich vielleicht am Magnetfeld orientieren, vor allem bei Vögeln oder bei anderen Tieren, die lange Wegstrecken zurücklegen. Dazu kann ich nicht so viel sagen. Ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen. Soweit ich weiß, sind Vögel, die sich auch am Magnetfeld orientieren, nicht nur darauf angewiesen. Sie orientieren sich auch nach Sonnenauf- und Untergangsrichtungen, wahrscheinlich auch an Geländemarken und dergleichen. Diese Ereignisse, wie vor 41.000 Jahren passierte, die gibt es immer wieder mal. So alle 20.000 bis 50.000 Jahre das Magnetfeld sehr schwach wird und von der Dipol-Biometrie sehr stark abweicht. Trotzdem sind keine Vögel ausgestorben. Was bedeutet das denn für Menschen, Ich habe gelesen, dass das Magnetfeld auch dafür da ist, bestimmte Sonnenpartikel von der Erde abzuhalten oder zu filtern. Ja, das Magnetschild der Erde fängt die Strahlung aus dem Kosmos und auch von der Sonne, die Partikelstrahlung ein, in den sogenannten Ven-Ellen-Strahlungsgürtel. Das Magnetfeld bildet also einen Strahlenschutzschild, um diese elektrischen Partikel mit dem Magnetfeld wegzuwirken und dann eingefangen zu werden, eben nicht auf die Erdoberfläche zu setzen. Ja, eine Strahlbelastung nimmt natürlich zu, wenn das Magnetfeld der Erde sehr schwach wird. Sodass wir eben seit diesem Ereignis vor 41.000 Jahren eine erhöhte Produktion von sogenannten kosmogenen Radionukliden haben. Das sind radioaktive Elemente, so wie C14 zum Beispiel, die entstehen in der oberen Erdatmosphäre, regelmäßig oder permanent, eben durch den Beschuss mit hochenergie, energiereichen Partikeln aus dem Weltall. Und eben vor 41.000 Jahren wurde deutlich mehr C14 produziert als heutzutage. Das kann man in Zwischendingen nachweisen. Wenn sich das Magnetfeld jetzt auch wieder abschwächt, weist man die Strahlenbelastung hinzu. Das trifft natürlich nicht jetzt auf die Erdoberfläche zu, weil wir immer noch die Atmosphäre haben, die die Marken nur noch absenkt. Vielleicht schon für Flugzeuge, die in 10 Kilometer Höhe fliegen. Da ist die Strahlenbelastung schon, glaube ich, drei bis vier Mal so hoch wie auf dem Erdboden. Und dann natürlich für Astronauten im Erdorbit. Das trifft sich jetzt auf die Menschen direkt. Wir haben natürlich jede Menge Nachrichtensatelliten im geostationären Orbit, also 40.000 Kilometer von der Erde entfernt. Die kriegen natürlich wesentlich mehr Strahlung ab. Es gibt auch diverse Satelliten, die bereits in der südatlantischen Anomalgie Schaden genommen haben. Dazu gibt es das Hubble Space Teleskop, der Terra-Satellit von der NASA, also ein Erdbeobachtungssatellit. Ein französischer Satellit, der nach Exoplaneten sucht, der hat komplett den Geist aufgegeben in den letzten einigen Jahren, als er durch die südatlantische Anomalgie geflogen ist. Und auch die Atmosphäre, weit ich weiß, müssen die Astronauten in der Internationalen Raumstation besser abgeschirmte Module aufsuchen, wenn die ISS eben durch diese Anomalie fliegt. Die Strahlenbelastung auf 400 Kilometer Höhe ist siebenmal höher in der südatlantischen Anomalie im Vergleich zum Rest der Erde. Wenn man dann noch weiter nach oben geht, wo amerikanische Wettersatelliten fliegen, sieben bis acht Kilometer Höhe, da hat man eine 300-fache Strahlenbelastung. Das heißt, Elektronik wird bombardiert mit energiereichen Protonen und Elektronen und das wird eben zum Ausfälle in den Computer in 2007. Das heißt, bei der Technik ist vor allem Raumfahrt betroffen. Könnte da auch die Luftfahrt betroffen sein, dass im Bereich von Anomalien dann vielleicht man den Flugverkehr besser einstellt, wenn das Erdmagnetfeld zu stark zurückgeht? Das könnte durchaus passieren. Also wenn das Erdmagnet wirklich auf ein Zehntel der heutigen Verhältstärkung untergeht, dann muss man durchaus mit erhöhter Strahlung auf Flugzeughöhe von zehn Kilometer rechnen. Es reicht, wenn dann natürlich auf der Sonne noch ein Aerofluss stattfindet. Dann nimmt die Strahlenbelastung natürlich noch zu. Das sind dann die Partikel direkt, die von der Sonne kommen. Das kann dann dazu führen, dass man die einhundertfache Lose einer Ganzkörper Röntgenaufnahme liegt auf einem zehn Stunden Flug. Das ist das Maximale, was passieren kann. Im Moment sogar. Was kann das denn für Auswirkungen haben für Stromleitungen oder für Kraftwerke? Wenn ich mir das vorstelle, sind da Atomkraftwerke sicher, wenn das Magnetfeld berückspielt? Oder was müsste man da vielleicht... Kraftwerke sehr gefährdet? Das ist schon vorgekommen, dass bei einem sogenannten geomagnetischen Strom, das ist aber letztendlich die Auswirkung einer Sonneneruption auf die Erde, dass bei so einem Ereignis ein Kraftwerk in Kanada zusammengebrochen ist, durch Überspannungen, die vom Magnetzelt wiederum induziert werden. und was kann er das für acht Stunden ohne Strom war? Und wenn jetzt Abschirmenwirkungen der Erdmagnetfeld wesentlich schwächer ist, sind diese Effekte, Wechselwirkungen der Partikel, die von der Sonne auf das Erdmagnetfeld einwirken, wesentlich stärker und es muss mit wesentlich mehr Ausfällen von Kraftwerken gerechnet werden. Kraftwerke gibt jede Art. Wenn dann natürlich die Umversorgung für die Peripherie eines Kernkraftwerks ausfällt, das hat man ja jetzt in Japan gesehen, dann kann das natürlich ziemlich fatale Folgen haben, weil die Effekte Sonnen, wo er im Erdmagnetfeld im Wesentlichen in hohen Breiten auftreten. Hättere Breiten sind da im Glück außen vor. Also hohe Breiten heißt in der Nähe Richtung Nordpol Südburg geografisch. Deswegen war in Kanada ein Kraftwerk betroffen. Ja, Kanada war in 52, 53, 53 Grad also etwa unsere Breite hier. Ist etwas bekannt, ob magnetische Datenspeicher berührt sein können? Ja, wenn dann auf der Höhe von den Satelliten um 200-300 Kilometer über der Erde. Das heißt, auf dem Erdboden muss man sich keine Sorgen machen um die Datenspeicher Datenträger Man kann durchaus einen Permanentmagneten in den Nähe eines Rechners bringen. die Platten sind ja relativ schützt eigentlich. Es sind ja sogar Supermagnete, also diese ganz starken Magnete in Festplattenlaufwerke eingebaut, um eben den Kopf wirklich schnell hin und her zu bewegen zu machen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die Datenträger gelöscht werden. Gibt es auf der Erde ein Überwachungs- oder ein Warnsystem, das man rechtzeitig erkennen kann, falls das Magnetfeld irgendwann stärker als man es nach bisherigen Messergebnissen vorhersagen kann, zurückgehen sollte, dass man rechtzeitig dann mit gefährdeten oder möglicherweise gefährdeten technischen Anlagen oder Flugverkehr, Satelliten sich darauf einstellt. Wie ich schon sagte, es gibt die sogenannten geomagnetischen Observatorien, in denen das Magnetfeld regelmäßig registriert wird. Die würden sich aus das merken, gerade in der südaternischen Normalie wird das effektiv gemessen, auch in Südafrika, dass eben das Magnetfeld dort relativ schnell abnimmt. Allerdings schneller, als es das im Moment tut, sprich so 10-20% in 100 Jahren gibt es nichts zu sein, weil das ist ein relativ großes Gebilde, dieser Erdkern, in dem das Magnetfeld entsteht. und nach allem, was man jetzt so aus der geologischen Vergangenheit weiß, also zum Beispiel um dieses Ereignis vor 40.000 Jahren herum, waren die Abnahmen in der Größenordnung von 20-30% 20-30% in 100 Jahren. Also man hat durchaus einige Jahrzehnte Zeit, sich darauf einzurichten. Man darf ja nicht diesen Film The Core im Maßstab nehmen, wo das Magnetfeld flachartig abgeschaltet wurde. Das ist auch viel Quatsch. Das ist Hollywood und das kann nicht passieren. Ich gebe zu, dass ich ein wenig beunruhigt bin, weil ich habe Berichte gelesen, dass Vogelflug sich geändert hat, dass Zugvögel sich verirrt haben und auch andere Tiere und deswegen denke ich, ist es wichtig, auch von einem Experten zu hören, wie das Magnetfeld sich entwickelt. Ich möchte es nicht ausschließen, dass es ein Zeichen wäre für eine schnelle Veränderung, wenn die Tiere sich da nicht drauf einstellen. Soweit ich weiß, haben die Probleme am ersten mit Hochspannungsleitung. Da hat man natürlich ganz starke Störfäller. Das ist eher das größere Problem für die Vögel. Wie gesagt, sie orientieren sich auch an geografischen Marken, Berge und so weiter. Ich wusste nicht, dass in irgendeiner dieser Publikationen, die ich jedenfalls gelesen habe, irgendwo überhaupt wäre ausschließlich mit Magnetfeld orientiert. Mein Vogelflug gibt es ja schon seit 100.000 Jahren mit Sicherheit. Magnetfeld hat sich in den 100.000 Jahren stark wieder mal verändert. flächer geworden, stärker geworden. Es gab vor 115.000 Jahren eine kurze Umpolung, vor 180.000 Jahren gab es eine kurze Umpolung. Wie gesagt, diese Ergnisse gibt es immer wieder mal, erlässlich kurz. Ein paar Tausend Jahre nur, sehr schwache Magnetfelder und trotzdem hat sich das Leben weiterentwickelt. Ganz herzlichen Dank für das Interview. Gern geschehen. Und ja, ich denke, es ist wichtig, die Entwicklung des Magnetfelds im Auge zu behalten, damit man mit technischen Anlagen reagiert werden muss, das rechtzeitig merken. Ja, bitteschön. Herzlichen Dank. Tschüss. Wiederhören. Ach, ist das heute ein verrückter Abend. Ich bin jetzt offenbar gerade auf Sendung. Ich weiß auch nicht so genau. Hallo, kann man mal jemand sagen? Hallo Jan. Hallo Volker. Ja, ja, ich bin da. Alles klar. Dann ist die Welt noch am drehen. Die Welt dreht sich. Marina Spanos bis heute ja, konnte nicht pünktlich sein, aus familiären Gründen und sie könnte, wenn sie heute noch in die Sendung käme, könnte sie um 8 Uhr zu und stoßen, aber nicht eher. Es war einfach dringlicher, dass sie sich um ihre Familie gekümmert hat und das kann ich verstehen. Es geht einfach vor, wenn jemand aus dem nächsten Umfeld Hilfe braucht. Ja, selbstverständlich. Das verstehe ich völlig. Das ist ja auch gut, dass sie das tut. Ja gut, es ging ja letztlich um das geophysikalische Ereignis. Was geschieht da? Hast du denn jetzt schon konkrete Antworten bekommen? Ändert sich das Erdmagnetfeld? Steht ein Polsprung unmittelbar bevor? Oder wie sieht es jetzt aus? Ja, also das, was mich auf das Thema gebracht hatte, waren ja zwei verschiedene Dinge. Einmal, dass ich gesehen habe, dass Vögel einfach tiefer fliegen. Ich habe Berichte gelesen, dass Vögel, Zugvögel von in ihrem Kursabkommen, dass sie Magnetsinn haben und zum anderen dieser Begriff geophysikalisches Ereignis aus dem, ja, dieser anonymen Aussage bei Radio Avalon zu einem strategischen Konzept. Das war die angelsächsische Mission, nicht das Geophys, obwohl beides unmittelbar miteinander zusammenhängt. Ich habe immer vermutet, dass dieses geophysikalische Ereignis, was sie dort meinen, dass es dieses rückgehende Ergmagnetfeld ist, weil das passt zeitlich zusammen. Nur jetzt, ich denke, wir haben heute einen der besten Wissenschaftler, den es in Deutschland gibt, zum Thema gehört und außer bei regionalen Anomalien und selbst da nicht, ist gar nicht so kurzfristig zu erwarten, dass das Magnetfeld so stark zurückgeht, dass irgendetwas anderes als Raumfahrt oder vielleicht noch Luftfahrtschaden nimmt. Unsere Daten auf der Erde scheinen sicher zu sein, also da passiert magnetisch nichts. Das Problem sind ja diese Teilchen, die von der Sonne kommen, wo dann weniger Schutz ist und wo vor allem Satelliten und Raumfahrt beeinträchtigt sein können. Sie haben 14 Messstationen. Ich denke, dass es wichtig ist, das auszubauen, dass man dauerhaft sicherer Flugverkehr hat und er hatte Kernkraftwerke angesprochen, hohen Breitengraden, dass die eher bei Sonnenereignissen sowieso schon betroffen sein können und wenn das Erdmark weiter zurückgeht, muss man da sicherlich wachsamer sein, ansonsten Luftfahrt und vor allem Raumfahrt, wo es betroffen sein kann. Wobei ich habe einen befreundeten Umweltwissenschaftler und Ornithologen und der hat mir erzählt, dass die Zugvögel ihre Route mitunter auch ändern, weil sich die Klimazonen etwas verschoben haben. Zum Beispiel dieses Jahr, da gab es Zugvögel, die kamen bereits im April zurück, im März oder im April und sind dann wieder zurückgeflogen in ihr Urlaubsdomizil, weil sie gemerkt haben, hier ist das noch zu kalt. Wenn es zu kalt ist, so wie dieses Jahr, dann können zum Beispiel die Blumen nicht richtig anfangen zu blühen, nicht wegen der Kälte, sondern weil das schädlich wäre, denn die müssen ja gleichzeitig noch von Bienen und Hummeln bestäubt werden, die kommen aber nicht aus ihrem Nest raus, das wäre ja Selbstmord bei der Kälte gewesen, also verpassen sich dann Blüte- und Bienenbestäuber ein bisschen und das hat dann wieder auch dumme Konsequenzen für die Natur. Das ist leider alles sehr, sehr eng miteinander verknüpft, aber du hattest ja bei einem unserer Vorgespräche zu diesem geophysikalischen Ereignis mal erwähnt, da gäbe es auch militärische Aspekte, aus denen das relevant sein könnte, wenn auf einmal wirklich das Magnetfeld der Erde sich verändert oder gar ganz wegfällt. Ja, wenn dann halt keine Raketen mehr fliegen oder wenn es da Probleme gibt, wenn das Erdmagnetfeld ganz wegfällt, wenn ja Satelliten schon Probleme haben, könnte es ja sein, dass die je nachdem wie hoch die fliegen auch Probleme haben. Ja, ich hatte keine konkrete Vorstellung davon. Einerseits liest man in Berichten zum Beispiel bei der Zeit eben von der Geschwindigkeit, wie es zurückgeht, dass es, da hätte man noch viele Jahre Zeit, sich vorzubereiten, wenn es überhaupt so stark wird, bis man in ethischer Wechsel kommt. Andererseits dieses mit der angelsächsischen Missionen, wo da von einem geophysikalischen Ereignis ziemlich, was ja angeblich schon, ja, letztes Jahr gewesen sein müsste, oder zumindest in wenigen Jahren in Zukunft, die Frage ist, vielleicht ist da auch etwas anderes gemeint, vielleicht ist das, was da erzählt worden ist, bezüglich diesem Inglis Interview oder Project Avalon angelsächsische Missionen, vielleicht auch zum Teil eine Ente gewesen ist, ist die Frage, passt andererseits mit vielen politischen Ereignissen, die es tatsächlich gab und gibt. Also ich würde es gerne mal aus rein journalistischer Sicht einordnen. Wir stellen fest, es gibt nur eine einzige Quelle, es gibt keine verifizierenden Quellen. Die Informationen, die kommen auch nur einmal in dieser Ausmaß oder in dieser Art vor im Netz. Also es ist nicht so, dass irgendwo eine andere Seite zufällig unabhängig von diesem Avalon Project über dasselbe berichtet hätte oder so. Das muss man dazu sagen. So gesehen muss man eigentlich als Journalist sagen, klingt interessant, hänge ich mir mal ans schwarze Brett und hebe es auf. Aber mehr ist im Moment nicht rauszuholen, da ist einfach nicht genug Fleisch dran. Das ist zwar eine tolle Story, aber ich kann sie durch nichts belegen. So müsste man es sagen. Also im Grunde würde jeder Journalist die Story ablehnen. Nun ist sie natürlich inhaltlich von einer gewissen Relevanz, dass also im Grunde genommen Kriege auf dem asiatischen Kontinent angezettelt werden sollen, nukleare Kriege, biologische Kriege, dass die Chinesen sich erkälten sollen angeblich, wie es da so heißt, weil eben irgendein biologischer, wahrscheinlich sogar ein Grippevirus, ein Influenza-Virus so gentechnisch verändert wurde, dass es nur auf Asiaten losgeht. Ich weiß nicht, ob die so weit sind, aber wenn man mal bedenkt, wie wahnsinnig gleichsicht die DNA von allen Menschen ist, ob da jemand nun schwarz, weiß, gelb, rot oder grün ist, das sind im Grunde genommen Promille-Bereiche der DNA, die davon betroffen sind, mehr nicht und es gibt auch noch ganz vieles, was nicht erforscht ist, nämlich genau die Lehre, die Stücke zwischen den einzelnen Sequenzen, denn die sind auch wichtig. Das ist so ein bisschen wie beim Musikmachen entscheidend, es sind gar nicht mal die Töne, sondern die Abstände dazwischen und daraus ergibt sich erst die ganze Melodie. Also ich bin mir nicht sicher, ob die schon in der Lage sind, ein Virus zu entwickeln, das in der Lage ist, nur Asiaten auszulöschen oder zu befallen. Hinzu kommt natürlich, dass sich auch geändert hat. Mag sein, dass vor 10, 15 Jahren irgend so ein paar Spinner gedacht haben, das machen wir, wir rotten die Hälfte der Welt aus und die andere Hälfte, die gute, weiße, die kaukasische Hälfte, die arische Hälfte, die nehmen wir mit ins neue Jahrhundert oder ins neue Zeitalter. So blöd sind die Leute heute nicht mehr. Ich würde da gerne mal einen Satz von Britschinski zitieren, den ich heute verwurstet habe in dem Beitrag. Augenblick da verreibt mir. Ja, soll ich jetzt weiterreden oder nicht? Was heißt J-Tag? Ich denke, wir sollten auf jeden Fall selbst wenn, hier gerade Freeman ist noch nicht so weit, er ist online, der aus London berichten wird, vielleicht live, was er mitbekommen hat, heute schon von Bilderberg, aber ich denke mal, das Thema sollten wir jetzt zumindest bis zu einem bestimmten Punkt diskutieren, ich finde es wichtig. Ja, gut, aber dann würde ich auch gerne diesen einen Satz, der sehr wichtig ist, eigentlich ein Schlüsselsatz von diesem Zbignis Brzezinski, dieser wirklich sehr hochrangige Regierungsberater unter Reagan, der auch heute noch als einer der brillantesten Köpfe gilt, die je in der US-Regierung tätig waren. Und er hat ja früher ein Buch geschrieben, das große Schachbrett, The Grand Chessboard, und da beschreibt er ja die Situation folgendermaßen, die Sowjetunion, das übrig gebliebene Russland, ein Failed State, der düster vor sich dahin vegetiert und demgegenüber dann also die strahlende USA als Supermacht, die jetzt also überall ihre Demokratie verbreiten auf dem Planeten. Das hat er 1998 geschrieben, im Jahr 2012, also letztes Jahr, hat er ein neues Buch rausgebracht und dieses Buch, das hat einen ganz anderen Titel, das lautet auf einmal America and the Crisis of Global Power, ja, und da schreibt er zum Beispiel, das politische Erwachen, das die arabische Welt, aber auch andere Regionen kennzeichnet, lässt die Menschen heute besser verstehen, wie die USA ihre Macht in der ganzen Welt ausüben. Sollten die USA oder die NATO im Nahen Osten einen neuen Krieg beginnen, würde dies eine Welle des Antiamerikanismus hervorrufen, durch die der Westen fast jeden Einfluss in der Region verlieren könnte. Angesichts des neuen politischen Bewusstseins der Weltbevölkerung sind Kriege schlichtweg keine Option mehr. Und das schreibt jemand, der wirklich absolut pragmatisch ist. Das ist ein reiner Technokrat im Grunde, der denkt rein technisch. Und der hat deshalb auch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Der sagt auch genau das, was Sache ist. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das Zeitfenster bereits sich geschlossen hat, in der innerhalb dessen ein solcher Weltputsch überhaupt möglich gewesen wäre. Ich denke, das ist heute nicht mehr machbar. Die Russen, die Chinesen, die Pakistaner, die Iraner, die Inder, die Britz-Staaten überhaupt, also Brasilien, Russland, Indien und China und Südafrika auch, die haben inzwischen eine Allianz gebildet. Die wird immer fester und fester und den USA schwindet immer mehr der Boden unter den Füßen. Die Eisscholle, auf der sie schwimmen, die schmilzt und schmilzt und schmilzt. Was natürlich dann auch die NATO und so mit uns Europäer betrifft. Es ist am Kippen und deswegen bin ich da mehr als skeptisch, dass diese Kriegerfraktion sich da noch durchsetzen wird. Die haben am Boden verloren. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein bestimmtes wirklich natürliches Ereignis dann vermutet worden ist, ob es nun das mit dem Erdmagnetfeld ist oder ein Sonnensturm oder sonst irgendetwas und dass man das einfach nicht genau vorhergesagt hat oder man das zum Vorwand genommen hat für bestimmte strategische Konzepte. Ich halte es nicht unbedingt für vom Tisch, ich halte es aber auch nicht für bewiesen. Es gibt andererseits eine ganze Menge tatsächliche historische Ereignisse und es gibt Leute ganz konkret von Thinktanks, die in Anführungsstrichen empfohlen haben, den Iran anzugreifen und Naruntha Nile Ferguson, der hat das empfohlen und der schreibt unter anderem bei Foreign Affairs, Zeitung von dem Council on Foreign Relations und der war auf der Bilderberg-Konferenz 2012 und das ist ziemlich real, ein Matthew Krönig hat es empfohlen, der hat es sogar in der Zeitung von Foreign Affairs empfohlen, von Council on Foreign Relations und jetzt am 4. 3. oder 3. 4. Ich glaube 3. 4. hat der Spiegel einen Artikel gemacht, dass zu Gutenberg-Merkel Ratschläge gibt, dass deutsche Truppen nach Israel sollten, falls Israel Iran angreift und die Iraner sich wehren. Das sind für mich ziemlich reale Dinge und das passt ungefähr auf diese Zeit und das, wo bei der Angersächsischen Mission berichtet wird, da soll es ein Treffen gegeben haben, Freimaurer circa Juni 2005, wo man meinte, wer mit der Zeit zurück, kurze Zeit vorher, war der EU-Verfassungsentwurf in Niederlande und Frankreich abgelehnt worden und da sind Artikel, was heute in Artikel 42, 43 EU-Vertrag ist, Gummivorschriften beliebig für Namen der Menschenrechte, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und in gescheiterte Staaten, so ein Gummivegriff, einzumarschieren, mit den Krisen, ebenfalls auch nicht hinreichend definiert und das ist einfach etwas für mich sehr stark erlebte Realität. Unsere Lissabon-Flage vom 24. 9. 08 hat ja gerade ganz, ganz stark auf diese Gummivorschriften abgestellt, gesagt, das muss eingegrenzt werden, wenn das überhaupt in Kraft treten darf und das ist ja im Lissabon-Urteil gekommen, dass das eingegrenzt wurde. Ja, also ich würde gerne nochmal auf die USA zu sprechen kommen. Es scheint dort wirklich zwei Fraktionen zu geben und zwar in oberster Ebene, nämlich das Weiße Haus in Washington und das Pentagon, beide in Washington. Das Weiße Haus wird dominiert von Leuten mit Wirtschaftsalgorithmen, mit Laptops, wo sie ihre Börsenprogramme drin haben, die wollen Geld verdienen und die verdienen wahnsinnig gut, wenn Krieg ist. Nirgendwo lässt sich mehr Geld verdienen, als wenn man ein Land abreißt und es wieder neu aufbaut. Und da gibt es dann aber auch noch die Militärs im Pentagon, die sehen halt was von ihrer militärischen Warte aus und sehen, dass das Wahnsinn wäre, dass die USA sich zu sehr verausgaben würden. Und diese beiden Fraktionen, die liegen schon auch im Clinch miteinander. Und da muss ich sagen, hat Obama sich bisher eigentlich so ein bisschen zurückgehalten. Er ist im Grunde genommen wird er furchtbar von allen Seiten getreten und gepiesackt, muss man sagen. Die Kriegstreiber, also die Falken im Kabinett, die Hardliner, die wollen ständig, Mensch, jetzt mach mal hier ein bisschen Druck und da rote Linie in Syrien, also bitte, hier, die ist das aber mal hier ganz klar überschritten, jetzt musst du aber auch mal deinen Worten Taten folgen lassen. Und die im Pentagon, die sagen mal, hey Chef, bloß nicht, bloß nicht, bloß nicht, wenn es eine dumme Idee gibt, dann ein Angriff auf den Iran. Andererseits die Hardliner im Kongress wieder, also wieder im Weißen Haus, die haben es durchgekriegt, dass die USA sich im Grunde vertraglich verpflichtet hat, Israel im Falle eines Angriffs auf den Iran beizustehen. Also da siehst du, wie diese beiden Fronten da immer hin und her toben, ja, und es ist auch noch nicht klar, wer da nun diesen Krieg gewinnen, also diesen Schlagabtausch auf administrativer Höhe nun gewinnen wird, das geht ja bis in die allerhöchsten Generalsränge hinauf, ja, aber trotzdem kann man zumindest mal sagen, die Zahl derer, die blockieren und die sich sagen, nee, wir müssen mal langsam wieder ein bisschen normal werden, die nimmt offenbar zu, während die Falken so nach und nach ein bisschen zurückzufallen scheinen. Entschuldigung, was da für die These spricht, dass sich da zum Teil was normalisiert, wenn man sich jetzt die Bilderberg-Tagesordnung 2013 anguckt, 2012 war Neil Ferguson da und nicht nur der, sondern auch Basmar Kortmani, der so für Äußeres bei der Syrischen Nationalrat zuständig ist und es waren auch zwei Opposition aus Russland da, das war alles mehr auf Konfrontation, jetzt hat man den General Petreus da und Petreus ist doch, soweit ich gerade, soweit ich verstanden habe, letztes Jahr ist er, will Petreus gerade keinen großen Konflikt und der ist jetzt bei Bilderberg eingeladen, aber Mittlerer Osten steht schon wieder auf der Tagesordnung, fragt sich nur, in welche Richtung man dort gehen will. Nur Petreus, den haben sie in eine Honigfalle gelobbt und damit war er weg vom Fenster. Das war schon mal wirklich eine symbolische Geste sozusagen. Dann darfst du auch nicht, na gut, sein Nachfolger ist ja noch krasser als er, aber zum Beispiel, dass er jetzt, wie heißt der neue Verteidigungsminister? Chuck Hagel? Chuck Hagel. Wo du gemerkt hast, wie AIPAC den gelöchert und gepiesackt hat. Die wollten den blocken, die haben ihn sogar filibastert. Das heißt, die haben, wenn es um die Abstimmung ging, ob er nun gewählt werden soll oder nicht, bestätigt werden soll im Amt oder nicht, dann haben die so lange Vorträge gehalten über irgendwelchen sinnlosen Schwachsinn, sodass dann die Abstimmung jedes Mal ergeblatzt ist. Er ist trotzdem in den Sessel des Verteidigungsministeriums gekommen und er ist ja nun jemand, der ganz klar, also es ist nicht so, dass er eine Friedenstaube wäre, bestimmt nicht, aber er ist zumindest jemand, der kühl kalkuliert, der also von keinerlei Ideologie getrieben wird, sondern der sich klar vorrechnen lassen will, was kostet uns das, was bringt uns das und wenn der das Risiko den Nutzen überwiegt oder die Kosten, der Kostenfaktor, dann sagt er eben nein und der Punkt ist eben offenbar erreicht für die USA, so wie es aussieht. Ich meine, die haben ja nun wirklich, es gibt ja, ich weiß es gar nicht, wer nun recht hat, es gibt Leute, die behaupten, die USA hätten in Wirklichkeit 16 Billionen Dollar Schulden, das ist in, die müssten ja 4000 Jahre ohne Lohn arbeiten, alle Amis, damit sie das zurückzahlen können, also die, da geht eigentlich nicht mehr viel, ne? Können wir nochmal, können wir nochmal zwei Sätze zurückspulen, ich hatte gerade noch was gesagt, es waren, vor den 16 Billionen Schulden, also die USA, die können es sich nicht nochmal leisten, jetzt einen großen Krieg im Mittleren Osten anzuzündeln oder so, weil die einfach das Geld nicht haben und auch mit Syrien scheint es zusehend so zu sein, dass sie sich mit Russland geeinigt haben, die USA, die einzigen, die jetzt betrüppelt dastehen, sind Katar und Saudi-Arabien, apropos, hast du mitbekommen, dass König Abdullah von Saudi-Arabien klinisch tot sein soll? Habe ich noch nicht gehört. Der ist glaube ich klinisch tot, der ist hirntot und okay, das war er offenbar schon mehrfach, also er wurde schon mehrfach für tot erklärt und stand dann wieder auf, aber sagt zumindest APXWN und aber das ist auf jeden Fall auch ein Hinweis, dass vieles komisch läuft, dann merkt man, der Papst muss zurücktreten und in Holland wechselt die Queen das Amt, gibt das Amt an ihren Sohn, aber irgendwie scheint schon irgendwie was sich zu bewegen, aber aus unserer Position kann man das wirklich nicht genau erkennen, was? Das sieht man immer so. Entschuldigung, ich habe letztens einen Bericht gesehen auf Recenter und dass Präsident Putin wichtige neue Nachrichten für die USA hatte und dass Putin auf die USA zugegangen ist, man sollte den Terror gemeinsam bekämpfen und ich glaube, er hat auch die Aufständischen in Tschetschenien angesprochen, dass da eben auch nicht unbedingt Aufstände sind, sondern dass da Terroristen sind und dass sie zum Teil in der Vergangenheit sogar, er hat es sehr diplomatisch ausgedrückt, er hat ein freundlicheres, viel diplomatischeres Wort als Unterstützung gefunden dafür, vom Westen, ja, was ja Westen jedenfalls nicht den Russen bisher genug geholfen hat, diese Terroristen zu bekämpfen und wollte mit den USA halt mehr zusammenarbeiten bei der Terrorismusbekämpfung und es wirkt so, als ob sie aufeinander zugehen würden und da zusammenarbeiten wollen. Ich finde das amüsant. Man muss sich aber überlegen, wo diese Terroristen eigentlich herkommen. Ich meine, wir können ja mal zum allerersten Ur-Terroristen der Welt zurückgehen, das war ein gewisser Hassan Il-Sabach, der Alte vom Berg, irrtümlich genannt, der Assasin-Führer, der hatte eine Truppe von Selbstmordattentätern um sich herum gescharrt, die er in einen ideologischen Dschihad geschickt hat. Der hat die auf Drogen gesetzt, auf gut Deutsch, und hat ihnen dann erzählt, so sei das Paradies und wenn sie sterben im Kampf für den Dschihad, also für Gottes Wort sozusagen, dann kommen sie automatisch ins Paradies und dann bindet er auch noch jeden 72 nackte Jungfrauen auf den Bauch und dann waren die Feuer und Flamme und haben ihm gehorcht und somit konnte er wirklich auch Herrschaft ausüben, wenn dem ein Kalif nicht gepasst hat, dann hat sich eben irgendeiner seiner Mann von der Mauer das Messer in der Hand auf diesen Kalifen gestürzt, wenn der in seiner Sänfte vorbeigetragen wurde. Ist zwar selber dabei gestorben, aber das hat ihn ja nicht interessiert. Das war im 11. Jahrhundert. So, 1979 hat ein gewisser Zbigniew Brzezinski, da haben wir ihn wieder, den perfekten Plan gehabt, um die UDSSR zu killen und das hat er sogar geschafft. Und zwar ist er nach Afghanistan mit der CIA und hat angefangen dort alle Gegner von pro-sowjetischen Aktivitäten auszustatten. Mit Waffen, mit Geld, mit Know-how, mit Anleitungen, alles, was das Herzbegegen hat. Also alle Sowjetgegner, dort hat er gesponsert oder hat die CIA gesponsert, von ihm kam nur der Plan und die pro-sowjetischen Kräfte wurden hingegen von diesen anti-sowjetischen Kräften zusehends unter Druck gesetzt. Dadurch hat die USSSR, also die Sowjetunion, Angst bekommen, dass sie ihren Einfluss in der Region verliert und hat den größten Fehler ihres Lebens gemacht. Sie sind in Afghanistan einmarschiert. Denn dadurch haben die USA den Sowjets ihr eigenes Vietnam beschert. Das hat auch Pichinski genauso dann später geschrieben, damals noch unter Reagan. die haben ganz schnell dort eine neue Schule gegründet, die sogenannten Mujahedin. Diese Mujahedin, das waren afghanische Widerstandskämpfer, die im Grunde ihre Heimat verteidigt haben, die aber auch ganz klar sich als Gotteskrieger begriffen haben. Gotteskrieger in einem heiligen Krieg, denn wenn Ungläubige muslimisches Land, heiliges Land betreten, dann ist das für die ein Sakrileg. Und deswegen war das für sie ein heiliger Krieg, in dem auch Waffen, also militärische Gewalt eingesetzt werden darf. Nicht muss, aber darf. Und weil sie, die haben dann lauter kleine Koranschuhen an der pakistanischen Grenze errichtet, sogenannte Matrassen. Und in diesen Matrassen wurde so der Nachwuchs, der Gotteskrieger-Nachwuchs dann herangeschult und vor allen Dingen auch fanatisiert und dschihadisiert. Und damit haben sie es im Grunde geschafft, dass die Russen sich tot geblutet haben daran. Es wurde immer teurer und teurer und hat sich in die Länge gezogen. Und irgendwann musste die Sowjetunion dann ihre Truppen zurückziehen und ist dann in der Folge von eben diesem, von dieser Intervention tatsächlich auch zerbrochen. Das war also im Grunde der Plan, der geklappt hat. Und diese Mujahedin, die nennen sich heute Taliban. Die Matrassen, das sind ja im Grunde Religionsschulen. Und die Schüler dort, das sind die sogenannten Talib. Ein Talib ist ein Religionsschüler, nicht mehr. Und die Taliban sind einfach nur die Religionsschüler. Das heißt, das sind die Nachkommen jener Mujahedin, die damals durch die CIA geschaffen wurden. Und diese fanatisierten Islamisten, die natürlich im Laufe der Zeit immer fanatischer wurden, die haben angefangen, die islamische Welt zu verändern. Wenn man sich das mal so anguckt, früher Jemen, Oman, Tunesien, da sind die Leute herumgelaufen, wie wir hier auch. Die hatten offenes Haar, da gab es keine Kopftücher, die waren so säkular wie der Westen auch. Guck sie dir heute an, die sind vermummt, die dürfen nichts mehr, die Frauen haben keine Rechte mehr. Es gibt seither wirklich üble Gruppen, wie die Wahhabiten, die orientieren sich an einem, dem Gründer des Wahhabismus, ein Abdel ibn Abdel al-Wahhab, der hat vor ungefähr 200 Jahren gelebt und war damals schon ziemlich rückwärts gewandt. Und die Salafisten, die sind auch rückwärts gewandt, Salaf ist der Vorfahre. Und das sind natürlich, und dann gibt es noch die Takfiristen, die sind der Meinung, dass alles getötet gehört, was nicht so denkt wie sie. Also das sind natürlich genau die perfekten Kräfte, um eine ganze riesige Region, nämlich ganz Asien und einen Großteil von Afrika in Agonie zu halten, sodass die einfach keine Entwicklung durchlaufen können. Ja, wenn du von solchen Bumsköppen regiert wirst, dann kannst du einfach nichts auf die Beine stellen, um es mal ganz klar zu sagen. Und genau die werden jetzt eben auch gezielt gegen die Russland, gegen die heutige russische Föderation eingesetzt. In Tschetschenien natürlich auch, aber überall im Kaukasus bis ab Hasien, überall dringen da jetzt diese Gruppen ein und fangen an, dort gemäßigte schiitische Scheiks zu töten. Das ist im Grunde genau derselbe versteckte Krieg, der auch in Syrien und in Libyen gelaufen ist, aber die Russen sind da natürlich ein bisschen fitter und lassen sich da nicht so leicht überrumpeln. Aber dass Putin jetzt zu Obama geht und sagt, hey, du hast recht, lass uns mal ein paar Terroristen hier ein bisschen besser bekämpfen, er hat natürlich dabei gleichzeitig mitgesagt, das sind ja schließlich eure, die habt ihr gebaut, jetzt schaut schließlich gefälligst, dass er die Halunken wieder einsammelt, weil ihnen das natürlich auch die Nerven geht, wenn irgendwo jemand umgebracht wird oder irgendwas explodiert. Da würde ich gerne auf noch zwei Quellen hinweisen, dass diese Mujaheddin nicht unbedingt nur Afghanen gewesen sind, sondern eine ganze Menge Söldner noch dabei gewesen sind. Da möchte ich auf einmal auf ein Buch hinweisen, Dr. Andreas von Bülow im Namen des Staates, Dr. von Bülow war mal in dem Ausschuss des Bundestags, der die Geheimdienste beaufsichtigt und er darf natürlich da nicht aus dem Nähkästchen plaudern, er kriegt aber Dinge mit und guckt dann, wo hat das schon jemand anders vielleicht schon mal sowas geschrieben oder so und zitiert dann halt aus anderen Quellen, wo man zitieren darf. Und da steht auf Seite 418 sagt er, dass in der Zeit von, er spricht von einem Zitat Propans, der muslimisch-fundamentalistischen Bedrohung, dass das herbeikonstruiert werde, also, dass es nicht alles, er will damit sagen, die sind nicht alle echt und er sagt, 1979 bis 1991 seien für die Kämpfe in Afghanistan 5000 Saudis, 3000 Jemeniten, 2000 Ägypter, 2800 Algerier, 400 Tunesier, 370 Iraker, 200 Libyer und jede Menge Jordanier vom westlichen und pakistanischen Geheimdiensten angeworben worden. Seite 418 Dr. Andreas Zumbülow im Namen des Staates Pipa Verlag und dann möchte ich gerne hinweisen, also das Zeug sieht schon sehr nach Al-Qaida aus im Magazin Kompakt von Jürgen Elsässer gab es einen Artikel, dass Al-Qaida bevorzugt arme Leute anwerben würde, so aus dem Jemen oder Saudi-Arabien. Klar, ist ja auch eine Gruppierung aus Saudi-Arabien und Peter Del Scott, Professor Doktor, der schreibt in einem Artikel, aus Deutsch heißt der Artikel, das geheime Drogennetzwerk der CIA ist in der Zeitschrift Hintergrund gewesen, hintergrund.de unter dem Stichwort müsste man es wohl noch finden im Netz, hoffe ich, da hat er geschrieben, dass Al-Qaida in Afghanistan die Mujahedin doch stark unterstützt hat, dass Al-Qaida auch eben aus diesen Drogengeldern finanziert wird, mit Hilfe der CIA oder wurde zumindest, dass sie danach nach Tschetschenien gegangen sind, wieder mit Drogengeldern denen geholfen haben und danach in Kosovo und da geholfen haben die UGK sogar einen Kredit gegeben. Kredit kann man eigentlich nur jemandem geben, größer und wahrscheinlich der auch irgendwie Bankkontos und Strukturen verfügt und dann hat sich Al-Qaida ja möglicherweise mit den USA zerstritten und jetzt sind plötzlich die Rebellen in Syrien ist Al-Qaida mit dabei, nach Libyen war Al-Qaida auf nahestehende Gruppierung gegenüber Al-Qaida auch mit dabei und plötzlich soll Gaddafi oder soll Assad, der mich eher an Honecker als an Fundamentalisten erinnert, soll der plötzlich schlimmer sein als Al-Qaida. Was ich damit sagen möchte, ist, ich möchte das Thema mit dem UGK nicht kleinreden, aber dass halt doch ein erheblicher Teil auch Söldner waren und das gezielt mit Drogenanbau aus Afghanistan finanziert. Ja, übrigens, wackeln mal an deinen Mikrofon Stecker, nochmal so kurze Aussetzer. Ja, das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema mit dem Opiumanbau in Afghanistan. Damals unter Mullah Omar war nämlich der Drogenanbau, also der Opiumanbau komplett verboten worden. Mullah Omar, wie der Name schon sagt, ist ein sehr religiöser Mensch, der hat selber eine eigene Matrasse gegründet und als er dann Taliban-Führer war und die Taliban in Afghanistan im Grunde das Heft in die Hand genommen haben, da hat er zuallererst mal alle Opiumfelder niederbrennen lassen und hat den Opiumanbau unter Strafe gestellt, denn das fand er sehr unislamisch. Muslime, die erlauben ja noch nicht mal Alkohol und Heroin werden sie dann logischerweise auch nicht erlauben, deswegen hat er das verboten. dann kamen die USA und kaum waren sie, hatten sie die afghanische Armee besiegt, was ja im Grunde kein Problem war, haben sie sofort ganze Herrschaften von Geheimagenten und dann übergebe ich gerne mal an Freddy ab. wir setzen die Diskussion später fort, tut mir leid, dass wir einbrechen müssen, aber jetzt haben wir Friemann von Alle Schall und Rauch live in der Leitung. herzlichen Dank Josch, dass du eingesprungen bist und ja, herzlichen Dank Friemann, dass du dir die Zeit nimmst, aus London-Wordford direkt zu berichten. Ja, jetzt stehen wir noch vor einer winzigen Herausforderung im Moment. Ja, Freddy ist rausgeflogen aus der Leitung, also Freeman, Entschuldigung, deswegen klingeln wir gerade wie die Teufel, aber er muss ja immerhin einmal über den Ärmelkanal, also sich da irgendwas gesucht haben, kann ja sein, dass das mal ein paar technische Probleme kriegt. Ah, ich bekomme eine Information, neu verbinden, okay, dann nochmal neu reinziehen, nochmal neu verbinden. Ich nehme jetzt mal an. So, jetzt bin ich hier gesperrt, da bin ich drauf. Könnt ihr mich hören? Okay. Ja, der neue Rufaufbau, er funktioniert, er funktioniert. Ihr seid gut zu hören. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt müssen wir nur noch den Freeman reinziehen. Und dazu haben wir, ach, soll ich das machen? Oh Gott, wie geht das denn? Na gut, ich probiere das. einfach ihn anklicken unter Freddy und zur Gruppengespräch, Konferenz hinzufügen. Ah ja, per Drag and Drop. Okay, da ist er. Ja gut, er ist da. Ja, hallo. Hallo, Freddy. Hallo, Freeman. Jan. Leute, und schon? Ne, man muss ihn noch anrufen. Okay, Jan, ich schlag folgendes zu. Ah ja, okay. Ja, Vielen Dank. Allo? 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 Okay, jetzt habe ich wieder ein Mikrofon, weiß aber nicht, ob ich überhaupt noch zu hören bin. Ich bin gerade rausgeflogen. Hallo? Wunderbar. Okay. Sind wir wieder vollständig? Ja, Freeman fehlt noch. Oh. Kann ihn jemand reinholen? Ja gut, ich rede weiter. So, seither hat sich der Verbrauch, wie gesagt, oder der hat sich das Ganze vervierzigfacht. Das heißt, die bauen das Opium gleich in Afghanistan vor Ort um in Heroin und schicken es dann im Grunde mit der Transall oder wie auch immer oder mit irgendwelchen Militärkonvois über den Kaukasus nach Europa. Das ist übrigens einer der Gründe, warum damals auch der Kosovo angegriffen wurde, denn die brauchten da bereits einen Angelpunkt, einen Drehpunkt für ihren Drogenumschlag von Asien nach Europa. Vor allen Dingen kommt aber vieles dort auch über Tetschenien dann nach Russland, was in Russland wirklich verheerende Folgen anrichtet. Das heißt, der russische Gesundheitsminister, der hat von einer Katastrophe gesprochen. Denen sterben jedes Jahr eine Million Leute weg an dem Heroin. Auch im Iran ist das Heroinproblem gigantisch geworden seither. Die haben alle, allergrößte Probleme damit. Deswegen haben sich jetzt auch die, na, wie heißen sie, die Shanghai Corporation Organization, also die Fanghaier Organisation für Zusammenarbeit, dazu entschlossen eine gemeinsame Antidrogenkonferenz zu eröffnen mit Russland, China und dem Iran zum Beispiel. Die USA sind, glaube ich, nicht eingeladen, weiß ich nicht. Das ist also eine Riesensauerei, was da läuft. Und das Ganze wird natürlich vertuscht ohne Ende. Auch zum Beispiel kommt aus Kolumbien sehr viel an Kokain in die USA, wo die Serie ebenfalls die Finger drauf haben. Also im Grunde haben die überall in den Drogengeschäften dieser Welt ihre Hände mit im Spiel. Also wenn sich jetzt irgend so ein armer Junkie Heroin kauft, dann weiß er, dass er damit Kriege finanziert. Das ist eben das Problem dabei. So, jetzt kriege ich schon wieder ein Briefchen. Was schreibt der mir denn? Ah ja, er sagt, ich soll weitermachen. Gut, ich mache weiter. Ja, mit diesen Drogengeschäften werden viele, viele Milliarden Dollar verdient. Hinzu kommen Bankgeschäfte, Börsengeschäfte, Hedgefonds und Derivathandel. Damit werden nicht nur Milliarden, sondern Billionen verdient. Und das ist im Grunde genommen die Geschäftsgrundlage, auf die sich derzeit das Handeln und Streben der USA gründet. So muss man das mal sagen. Zugleich haben sie ein Problem mit ihrem Image, denn sie müssen ja als die harten Jungs immer dastehen. Jeder weiß auf dieser Welt, dass der Dollar nichts wert ist. Aber wenn man eine Mündung an der Schläfe hat, dann ist man schon mal eher bereit, mit dem Kopf zu nicken und sagen, ja, euer Dollar ist toll und wir finden euch auch alle furchtbar nett. Das ist im Grunde im Moment die Situation hier auf diesem Planeten. Alle finden die USA nett, weil die eine große Knarre haben, aber so wirklich Lust hat auf die inzwischen keiner mehr. Die sind also moralisch sehr delegitimiert inzwischen, diskreditiert sozusagen. Naja, gut. Und jetzt müssen wir halt schauen, wie es weitergeht in der Welt. Deren vornehmstes Ziel ist es jetzt vor allen Dingen das aufsteigende China zu bremsen, wo immer es geht. Auch andere Staaten, die durchaus aus Entwicklungspotenzial haben, die müssen gebremst werden. So wie Libyen, die hatten Entwicklungspotenzial. Aber hallo, die hatten Öl, die hatten eine riesige Wasserreserve in der Kyureneika, die hätten im Grunde genommen ganz Nordafrika mit Getreide und Brot versorgen können. Und wollten auch noch den Gold-Dinar einführen, waren wirtschaftlich stabiler als wir hier in Europa. Der durchschnittliche Libyer, der hatte ein besseres Lebenseinkommen im Grunde als ein Franzose oder ein Deutscher. Auch wenn wir uns das schwer vorstellen können. Dann nehmen wir mal den Iran. Der Iran hat Rohstoffe. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Als die UdSSR damals zusammengebrochen ist und die Grätsche gemacht hat, da hat sich Putin im Grunde aus dem Dreck herausgezogen mit den Rohstoffen, mit dem Ölhandel, mit dem Gashandel. Damit haben sie überhaupt erst wieder die Karre zum Laufen gekriegt und konnten erneut zu einer Großmacht aufsteigen, auch wenn sie keine Weltmacht sind. Der Iran hat auch gute Rohstoffe. Der hat das beste Öl der Welt. Das persische Öl ist berühmt, denn es ist sehr, sehr rein. Man muss im Grunde nur mal mit dem Finger in die Erde pieken, dann läuft es schon raus. So hoch sitzt das, also so wenig tief. Man kommt da sehr gut ran. Das heißt, wenn die USA irgendwann nicht mehr dabei sein sollten im großen Geschäft, wenn die irgendwann die Nummer zwei oder gar die Nummer drei auf der Welt sein sollten, vielleicht nicht militärisch, aber wirtschaftlich und politisch, dann würde der Iran die im Laufschritt überholen, mit Sicherheit. Denn er schafft es ja jetzt schon, sich einigermaßen zu halten, trotz dieser Wahnsinns-Sanktionen. Das ist ja ungeheuerlich. Aber er treibt halt Handel dann mit dem Osten, mit China, mit Russland, auch mit Pakistan und eben auch mit Syrien. Also im Grunde genommen, der Westen, der kapselt sich weiter und weiter ab, ghettoisiert sich gewissermaßen, während der Rest der Welt so nach und nach am Erwachen ist. Und so wie es aussieht, ich glaube nicht, dass sie das Ding noch gebacken kriegen. Ich glaube nicht, dass die USA das noch gerissen kriegen, sondern sie können eigentlich nur noch sagen, okay, Leute, wir haben es eingesehen, wir haben getan, was wir konnten, um unsere Vormachtstellung zu erhalten. Aber jetzt geht uns die Luft aus und jetzt müssen wir gucken, dass wir uns mit denen langsamer vertragen wieder. Denn da sind jetzt im Moment eine Menge Rechnungen offen. Und wenn irgendwann die USA keine Macht mehr haben sollten und andere viel Macht haben sollten. Aber das muss man doch auch sagen, die Chinesen zum Beispiel, die sind gar nicht so eroberungsgeil. Die wollen auch nicht unbedingt Rache. Die Chinesen, die haben nicht unbedingt das Bedürfnis, sich auszubreiten und Land und Raum zu nehmen. Sondern das sind Buddhisten. Die wollen vor allen Dingen Harmonie. Das ist ihr wichtigstes Bestreben. Die wollen Harmonie auf der Welt haben. Die wollen kein Ungleichgewicht. Deswegen wollen die auch nicht unbedingt die große Weltmacht werden. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das irgendwo beabsichtigen. Sondern die wollen eine polyplorale Welt, also eine Welt der Vielfalt, wo alles in einem gesunden Gleichgewicht ist. Das ist deren buddhistischer Gedanke eigentlich oder Ideologie. Natürlich sind das auch knallharte Geschäftsleute. Aber sie wissen, sobald Schieflage kommt, wird es gefährlich. Dann riskiert man im Grunde Kopf und Kragen. Dann kann es Kriege geben und hinterher ist alles kaputt. Und hinterher heulen dann alle. Das bringt dann eben nicht so viel. Ist Freeman denn inzwischen bei uns, Volker? Irgendwie ist es uns gelungen, dass wir jetzt die Verbindung über unseren anderen Rechner mit ihm haben. Sarah, was müssen wir machen, um das umzusprechen? Einen kleinen Moment. Einen kleinen Moment. Wir fallen mal ganz kurz einen kleinen Moment aus. Ein paar Sekunden. Wir stopfen ihn kurz um. Dann klappt das wieder. Ich habe auch gerade die Meldung reingekriegt, Freeman ist online. Das heißt, es kann auch sein, dass er kurz offline war. Dass ihm einfach die Leitung zusammengebrochen ist. Das kann ja vorkommen. Ja. Wir sind ja nun mal nicht der DDR. Okay. Sie suchen verzweifelt nach Freeman. Also er ist da, er hat Zeit, er will gerne, aber er kann nicht. Das müssen wir weiter versuchen. So lange zähle ich mal ein bisschen weiter. Ja gut, jetzt die Situation im Nahen Osten. Das ist natürlich unglaublich kompliziert und komplex. Weil da so wahnsinnig viele... Einmal Feierabend. Okay. Wir verbinden neu. Okay. Okay. Okay.